Ach Gott! Hallo Community, wir machen heute ein 10 Gründe Video, warum ihr uns abonnieren solltet, wenn ihr es nicht schon getan habt. Der erste Grund wäre... Du bist toll. Nein. Du bist toll. Du bist toll. Ich bin toll. Du bist toll. Nächster! 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 Du hast auch richtig Spaß daran gehabt, oder? Oh, Alter! Jetzt kommt ein Auftritt, den ihr bis dahin noch nie so in dieser Art gesehen habt, oder vielleicht doch. Aber ich bitte um Ruhe, für diesen tapferen... Ah, jungen Mann! Geschehnte Zitrone! Nächster! 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 Greenaust! Das war schnell! Natural Fans! Oh Gott. FM! Wann ist das? pulp. Wann ist das? Wir können... TAN-TAN! WASHINGTON, D.C. Ladies and gentlemen... Let's get ready to rumble! 1,2,3,4! Oh, oh, oh! Con las manos arriba, eso! Hey! 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 Que se mueva, que se mueva! Hey! 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 Stop it! Stop it! Ist das wir uns Mühe gegeben haben, euch eine Scheißliste zu machen und wir machen euch jetzt noch eine Scheißliste und sie heißt nämlich 10 Gründe, warum Lasse Scheiße ist und pro Grund muss einer von uns einen Löffel Chili Soße essen und dann den Grund aufschreiben, dann fang an so gut. Der nächste Punkt ist so wichtig, dass ihr diesen Punkt nie vergessen werdet, also hört jetzt ganz genau zu, was diese beiden jungen Männer, starken Männer, zu euch zu sagen haben. Die Weiber stehen auf uns. Kommt noch was? Nö, nö. Wir haben einen Hund. Der, 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 der ist nicht reiberassig, aber ist unnützig. Nicht ein guter. Äh. 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 Schlafen wir uns wieder an! So ist es gut! Sixpack. Sixpack.